Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Folge beginnt heute damit, nochmals an die zwei ängstlichen Miezen zu erinnern, die vor einer Woche vorgestellt wurden. Leider hat sich niemand für sie interessiert und die beiden fühlen sich in der fremden Umgebung gar nicht wohl. Vielleicht zögert noch ein Katzenfreund und gibt ihnen doch eine Chance. Nun soll es um Meerschweinchen gehen, die in der Gotha Hans C. Wirzstraße gefunden wurden. Diese Straße befindet sich im Ortsteil Siebleben und ist eine Seitenstraße am oberen Ende der Weimarer Straße. Eine Frau ging dort mit ihrem Hund spazieren und entdeckte plötzlich drei Meerschweinchen. Durch ihr verantwortungsbewusstes Handeln konnte ein Mitarbeiter der Archinoa zwei der Tiere einfangen und in Sicherheit bringen. Eins der drei ist entwischt und hat kaum eine Chance im Freien zu überleben, sagt Tierenleiterin Katrin Mattes. Bei den jetzigen Temperaturen und der Gefahr von Katzen oder Füchsen gejagt zu werden, sieht es schlecht aus für das possierliche Tierchen. Die beiden Geretteten werden auf ungefähr 1 bis 1,5 Jahre geschätzt. Das Langhaarschweinchen ist ein Böckchen, das mit kürzeren Haaren ein Weibchen. Für das Böckchen, das in der Archinoa noch kastriert werden soll, suchen die Tierschützer ein neues, artgerechtes Zuhause. Das Mädchen muss so lange in der Archinoa bleiben, bis man mit Gewissheit sagen kann, dass es keinen Nachwuchs bekommt. Oft ist es schon vorgekommen, dass Menschen hilflose Tiere, die Weggefährten waren, einfach wegwerfen. Das ist schlimm und eine Straftat. Könnte man Meerschweinchen fragen, würden sie bestimmt lieber in ihrer angestammten Heimat in Südamerika, in den Anden, frei leben. Hierzulande werden sie meist in viel zu engen Käfigen von oft verantwortungslosen Menschen gehalten. Katrin Mattes hofft, dass jemand die Schweinchen erkennt und sich bei der Archinoa meldet. Gut, dass es Menschen gibt, wie die umsichtige Hundebesitzerin. Sie hat den niedlichen Schweinchen das Leben gerettet.